Guten Tag! Unser System hat erkannt, dass Sie aus einem Callcenter anrufen. Ihr Anruf wird nicht persönlich entgegengenommen. Haben Sie Fragen? Dann drücken oder sagen Sie 1. Vielen Dank! Die aktuelle Wartezeit beträgt 9 Minuten. Zu Schulungszwecken und zur Verbesserung unserer Servicequalität wird das Nachfolgegespräch ohne Ihre Zustimmung aufgezeichnet. Dann ist die Polizei. Sie werden nun zur örtlichen Polizeibehörde verbunden. Bitte warten Sie einen Moment. Guten Tag! Kommissar Kevin, was kann ich für Sie tun? Wie? 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 Wie?